Meist im Hotel montags morgens, Koffer packen, Frühstück auf dem Weg. Mal sehen, was heute wieder so alles passiert. 80 Mails am Tag, 20 Telefonate, je nach Terminlage. Dann gibt es zum Bahnhof, sieben Termine und eigentlich aber noch ein Angebot erstellt. Dann in den Flieger. Eigentlich brauche ich gar keinen Schreibtisch, weil ich bin die ganze Zeit unterwegs. Am Job mit Regelmäßigkeiten würde ich mich langweilen. Ich verlangt natürlich auch einen ganzen Batzen an Flexibilität. Sich kurz einen Flug umbuchen, Mittwoch-Base passt, oder? Ja, super. Um ein richtig guter Berater zu sein, muss man reden können. Man muss eine Offenheit mitbringen. Intelligenz, Fachwissen, sehr hohe IT-Affinität. Spontanität, sicheres Auftreten. Ambition und Energie. Punkt. Eine Sache, die uns auch unterscheidet von anderen Beratungen, ist, dass Charaktere bei uns eine Chance haben. Ich habe noch niemanden gefunden, den ich wirklich gar nicht mag. Und es gibt wirklich clevere Leute hier, die man einfach anrufen kann und sagen kann, ich brauche deine Hilfe und dann sagen die, kein Problem, mache ich. Ich bin hier kein Schauspieler, ich bin ich. Jeder hat die Möglichkeit, in dieser Mannschaft zu zeigen, was er kann. Es geht darum, dass man letztendlich Bock hat darauf. Ich glaube, viele Firmen sagen von sich, dass Weiterentwicklung groß geschrieben ist und da muss man tatsächlich mal dahinter schauen, gibt es auch ein Konzept dazu. Wir haben zum einen schon für die Absolventen, die zu uns kommen, ein Consulting-Programm. Für die persönliche Weiterentwicklung langfristig ein Lead. Für die direkte Weiterentwicklung bei den Aufgaben auf dem Projekting-Coach. Und ich glaube, das Konstrukt aus beidem schafft was, was die Leute voranbringt. Unser Ziel bei Qperia ist wirklich, jeden individuellen Schritt nach vorne zu bringen. Es gibt nur wenige Firmen, die das ernst nehmen und das umsetzen. Da glauben wir, sind wir sehr, sehr gut. Deshalb ist es gut, bei uns anzufangen. Jeder Zeitpunkt ist ein guter Zeitpunkt bei Qperia einzusteigen. Grund ist gut. Und Q auch. DIN 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 Untertitelung des ZDF, 2020